Die Sieben Sachen Die ganze Nacht beim Spiel durchwachen, den ganzen Tag brav Schulden machen, das Deutsch so schlecht als möglich sprechen, Französisch trefflich Radebrechen, Champagner trinken obendrein und überall hoffähig sein. Das sind, das sind die Sieben Sachen, die einen Mann vonstande machen. Wie heißen doch die Sieben Sachen, die keinen Mann vonstande machen? Nicht sich allein auf Erden lieben, für andere still zu wirken streben, sich nie um Schulden mahnen lassen und nie auf andere Kosten prassen, der Knechtschaftssprache Radebrechen, gut Deutsch für Recht und Freiheit sprechen, und lieber Leiden, Not und Pein, als irgendwo hoffähig sein. Das sind, das sind die Sieben Sachen, die keinen Mann vonstande machen. End of Die Sieben Sachen Bei August Heinrich Hoffmann von Fallersleben Read by Julia Niedermeier